Hi Leute, hier ist Broans. Freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Das letzte Mal ging es um die Zahlen und wie man mit Händen bis 99 zählen kann auf Chinesisch. Und heute geht es um die Wochentage und wie man diese auf Chinesisch sagt. Zuvor aber wiederholen wir erstmal die Zahlen von 1 bis 6. Und wir starten direkt mit der 1. Die 1 ist... I I Die 2 R A 3 San San 4 Si Si Weiter. 5 6 6 6 Damit haben wir die Zahlen wiederholt bis 6. Und die brauchen wir jetzt auch, um zwar um die Wochentage zu sagen. Aber zuvor brauchen wir das Kernwort dafür und das ist... Shinchi Shinchi Wie man jetzt hier sehen kann, kann man einfach durch die Kombination von dem Wort Shinchi und einer Zahl die Wochentage zusammenstecken einfach. Und testen wir das einfach mal starten mit Montag. Und Montag heißt... Und Sonntag ist natürlich eine Ausnahme. Ausnahmen gibt es ja bei Sprachen relativ häufig. Und Sonntag? Leider geht es nicht so weiter. Sonntag ist natürlich eine Ausnahme. Ausnahmen gibt es ja bei Sprachen relativ häufig. Da wird das Wort... Tien Shinchi Tien Da wird das Wort Tien rangehangen. Und das heißt dann Sonntag. Tien heißt alleine gesehen Tag oder auch... Himmel Himmel, ja. Wir wiederholen nochmal ganz kurz die Wörter. Genau. Damit sind wir heute auch schon durch, das war eine kurze Lektion. Die Morgänge, so haben wir Vögel gezwitschert, wird genauso kurz. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Bromans.